Diesen Mond dürfte es eigentlich nicht geben. Die Sprache ist vom 14. Mond des Planeten Neptun. Der winzligen S2004N1 hat nur einen Durchmesser von etwa 34 Kilometern und wurde bis zu seiner endgültigen Entdeckung vor sechs Jahren, also 2013, immer wieder übersehen. Doch warum existiert er trotz seiner geringen Größe dauerhaft? Experten und Expertinnen ist es tatsächlich gelungen, mit Hilfe von neuen Analysetechniken einigen Rätseln zu Neptuns Minimond jetzt auf die Schliche zu kommen. Auch den größten? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Insgesamt 14 Monde des äußersten Planeten Neptun, unseres Sonnensystems, sind uns bislang bekannt. Neptun selbst wurde bereits 1846 aufgespürt und nur drei Wochen später dann sein erster Mond namens Triton. Nach und nach wurden dann sechs weitere Monde entdeckt, die innerhalb Neptuns Umlaufbahn kreisen. Die NASA-Raumsonde Voyager 2 hatte sie bereits 1989 fotografiert. Aber auch weiter außen gibt es Monde des Neptuns und zwar sieben Stück. Doch erst 2004 gab es erste Hinweise auf den inneren siebten Mond. 2013 gelang es dann endlich, den vierzehnten Mond von Neptun endgültig zu entdecken und zwar mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops. Doch selbst in diesen Aufnahmen kann man diesen Mond nur als einen unscharfen Punkt erkennen. Kein Wunder, denn schließlich handelt es sich hier bei S 2004 N1 um einen echten Mini-Mond mit einem Durchmesser von gerade einmal 34 Kilometern, in etwa so groß wie Ultima Thule also. S 2004 N1 liegt etwa 105.400 Kilometer von seinem Mutterplaneten entfernt, ein Umlauf braucht 23 Stunden. Seine Runden dreht der Mini-Mond nur etwa 12.000 Kilometer innerhalb der Umlaufbahn von Proteus. Das ist der zweitgrößte Neptun-Mond. Für kosmische Verhältnisse ist das wirklich eine verschwindend geringe Entfernung. Das war also wirklich eine große Überraschung, sagt sein Entdecker Mark Schawalter. Wir hätten nicht erwartet, so einen kleinen Mond so nah neben Neptuns größtem innerem Mond zu entdecken. Lange Zeit wurde der Mini-Mond nur mit seiner Katalog-Nummer S 2004 N1 bezeichnet. In einer aktuellen Studie in dem renommierten Wissenschaftsmagazin Nature bekommt er aber jetzt den Namen Hippocamp verpasst. Ein wirklich passender Name, der an die griechische Mythologie anknüpft. Konkret nämlich an das Meeresungeheuer Hippocamp, das vorne einen Pferdekörper hat und hinten eine Fischflosse. Und tatsächlich, die Analogie passt. Neptuns Minimond ist weder Fisch noch Fleisch. Paradoxerweise ist Hippocamp nämlich eigentlich zu klein, um eine solch lange Zeit zu existieren. Denn schließlich könnte ihn jeder größere Gesteinsschlag zertrümmern und dem Winzling ein Ende bereiten. Warum also existiert er dennoch dauerhaft und wie ist er überhaupt entstanden? Fragen, die die Fachleute bis heute zuvor sehr große Rätsel gestellt hatten. Doch jetzt ist es dem US-Forschungsteam um Mark Schawalter vom Kalifornischen City-Institut mit Hilfe von neuen Analysetechniken gelungen, endlich neue Erkenntnisse zu gewinnen. Hierbei handelt es sich übrigens um genau dieselben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den kleinen Mond des Neptuns 2013 mit dem Weltraumteleskop Hubble auch entdeckt hatten. In ihrer aktuellen Studie stellen sie den Trabanten genauer vor, geben ihm den Namen Hippocamp und äußern zudem auch Vermutungen, wie er entstanden sein könnte. Und zwar könnte er sich demnach aus Einschlagstrümmern gebildet haben. Und zwar aus Teilen von Proteus, dem zweitgrößten Neptunmond. Wie gesagt zieht Hippocamp nur rund 12.000 Kilometer innerhalb von Proteus seiner Bahn und dort befindet sich ein wirklich extrem großer Einschlagskrater, der 1989 entdeckt worden war und Pharos genannt wird. Dort heraus ist wohl eine große Anzahl an Gestein ins All geschleudert worden, was höchstwahrscheinlich dann für die Bildung von Hippocamp gesorgt hat. Auf diese Vermutung kommt das Forschungsteam, weil das Volumen des Minimondes genau den zwei Prozent der fehlenden Materie im Einschlagskrater entspricht. Zudem spricht nicht nur die Nähe der beiden Trabanten für diese Annahme, sondern auch die extrem kleine Größe von Hippocamp. Dazu der verantwortliche Forscher Mark Schowalter. 1989 dachten wir, dass Pharos das Ende der Geschichte sei. Mit den Hubble-Daten wissen wir jetzt, dass ein kleines Stück von Proteus zurückgeblieben ist und wir gehen davon aus, dass es sich dabei um Hippocamp handelt. Demnach ist es sogar möglich, dass Hippocamp in den letzten vier Milliarden Jahren bis zu neunmal durch Einschläge zerbröselte und sich dann aber wieder Neuausbruchstücken zusammengesetzt hat. Die neu angewandte Technik ist übrigens ziemlich clever. Vereinfacht gesagt hat das Forschungsteam hier mit unterschiedlichen Belichtungen des Neptun-Systems herum experimentiert. Acht aufeinanderfolgende fünfminütige Belichtungen wurden quasi übereinander gestapelt und entsprechend angeordnet, sodass die Umlaufbewegungen des Mondes einer genauen Analyse nicht im Weg standen. So wurden acht einzelne Aufnahmen zu einer 40 Minuten langen Gesamtaufnahme. Experten und Expertinnen sind optimistisch, dass diese Technik weitere überraschende Entdeckungen möglich macht, wie beispielsweise andere kleine Monde, die um riesige Planeten kreisen. Wie ist der Mond, also der Erdmond, entstanden? Auch eine ziemlich spektakuläre Geschichte. Hier draufklicken dafür, anschauen und AstrocomicsTV abonnieren würde ich mal sagen. Bis dann, bleibt dran!